Guten Tag und Willkommen bei den Nachrichten. Du hast alles hier hingestellt. Wow. 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 Oh, Kaya, kannst du hierbleiben? Ich weiß nicht, ob man das hört, aber unser Hund rennt die ganze Zeit von dem Teppich hier zu dem Teppich da, weil sie ihr Ding gerne auf einem Teppich kaut, aber gerne bei uns ist und sich gerade nicht entscheiden kann. Ich bin in den Stuhl. Hallo, wir backen heute und haben uns dafür einen heißen Kakao gemacht. Der nicht mehr heiß ist. Du musst jetzt sagen mit Schuss. Mit Schuss. Vanessa, was backen wir heute? Wir backen heute Vanillekipfer. Hast du schon mal Vanillekipfer geguckt? Nein, noch nie. Ist das so? Ja. Das klingt gerade richtig komisch. Vanillekipfer. Vanillekipfer. Weißt du, was geil ist? Was denn? Der wilde Kerle Soundtrack. Wieso gehörst du zu den anderen? Meint er damit, wieso gehörst du zu den Mädels oder? Nein, sie war doch bei Gonzo. Oh, Gonzo, Gonzales war aber schon heißer als Leon. Moncaya. Wieso verhältst du dich so anders? Was suche ich? Vanillekipfer-Rezept. Vanillekipfer. Die Zutaten für den Teig gut miteinander verkneten, anschließend in die Folie gewickelt 30 Minuten in den Kühlschrank legen. Wir müssen das 30 Minuten in den Kühlschrank legen. Du wirst dich auch nicht. Das ist nervig. Das ist voll nervig. Wir müssen ja erstmal hier... Was? Du musst ihn auch gleich kneten mit deinen Händen. Ja, ich habe meine Hände gewaschen. Ja, ich nicht. Mach mal. Nee, ich knete den ja auch nicht. Ja, okay. Warum steht mein Alkohol da? Meine heiße Schokolade? Darf ich dich damit bangen? Nein. Alle Zutaten für den Teig gut miteinander verkneten, das ist mein Lieblingssatz. Warum? Weil du nicht so Mehl sieben, Eier trennen, Eiweiß schlagen, sondern einfach alles rein. Ja, das ist wahr. Warte mal, da steht aber nichts von Butter schmelzen. Da steht halt auch nichts von Butter nicht schmelzen, ne? Okay, aber eigentlich wird da so eine warme Butter stehen. Ja, ich glaube auch. 250 Gramm Mehl. Soll ich das rein tun? Weiß ich nicht. Kannst du das? 200. Rauf, rauf. Noch 5 Gramm. Okay. Ja, nur 6, oder? Ja. Perfekt, der Boss. Ich bin der Mehlboss. Kaya möchte mitbacken. Sag mal alle Hallo Kaya. Willst du mitbacken? Wir können ja auch die Banken stellen und sie dann draufsetzen und ihr so einen süßen Hut aufsetzen. Oh, wir haben noch einen hier. Ich kann mir ja mal andere Rezepte angucken und gucken, ob die geschmolzen sind. Stimmt, mach mal eben und ich wiege mal schnell die 100 Gramm Mandeln ab. Was denn? Das sind 100 Gramm. Ich weiß. 100 Gramm Mandeln. Hier steht kalte Butter. Oh. In kleine Stücke geschnittene Butter. Das ist ein bisschen so durchrühren. Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Okay. Was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt die Stück Butter holen? Ja. Ja, hol. Und man hört dich ja jetzt, weil du ein Mikro hast, also kannst du uns von deinem Trip in die Küche berichten. Ja, es macht gerade ganz viel Spaß, weil hier das Kabel von dem Licht steht. Ich gehe jetzt gerade zum Kühlschrank. Hier hört man jetzt etwas hall, weil ich bin im anderen Raum. Der Raum heißt Küche. Ja. Wir brauchen auch ein Messer, oder? Ja. Ach. Warte, wir können einen Löffel nehmen. Löffel? Das ist nicht so schlimm. Wieso gehörst du zu den anderen? 80 Gramm Zucker. Soll ich machen? Mach. 80 Gramm ist nicht so viel, ne? Oh. Oh. Das war zu viel. Ich kann doch ein bisschen runternehmen mit so einem Löffel. Diese vier Gramm Zucker, die werden das glaube ich jetzt nicht kaputt machen. Aber das macht es ungesünder. Zwei Packungen Vanillezucker. Oh, das kann ich. Das kann ich. Sag wieso. Warum heißt Butter eigentlich immer deutsche Marken Butter? Ist das der offizielle Name für Butter in Deutschland? Kann ja nicht einfach Butter draufstehen? Ich bin übrigens Streamer. Mailman Bing auf Twitch. Bald Mailman Bing. Ich bin verkackt mit dem Unterstrich. Wolltest du eigentlich gar keinen machen? Ja, also ich hab den Twitch-Accounts zuerst gemacht, dann hab ich alle anderen Accounts gemacht und dachte mir, hm, Mailman ohne Unterstrich ist irgendwie besser. Mann, Butter ist so ekelig. Ich hab mir übrigens auch die Hände gewaschen. Ha! Oh! Punkt Landung! Punkt Landung! Muss ich das jetzt durchmanschen? Ja. Einfach mit den Händen? Ja. Nee, mit deiner Nase. Weißt du, sitzen ist schon angenehmer als stehen. Ich kann ja einfach mal Flo kommentieren, obwohl ich ihn nicht sehe. Flo beginnt gerade den Teig nur mit der linken Hand zu kneten, weil die rechte Hand ihm auf einmal etwas weh tut. Und er fragt sich, warum tut meine rechte Hand weh? Und auf einmal ist der Schmerz wieder weg und er kann beide Hände benutzen. Vanessa, ich, ich brauch dich. Ich glaub, ich liebe dich. Wieso? Oh Mann, ich hasse Klarsichtfolie. Frischhaltefolie. Ich sag immer Klarsichtfolie dazu. Warum ist Klarsichtfolie falsch? Ist Klarsichtfolie nicht das, wo man so Zettel reintun? Nee, das ist Klarsichtfolie. Meine Mama hat uns letztens Klöße mitgegeben, mit Soße. Und ich war mit meiner Mama unterwegs und Flo war alleine hier mit den Klößen. Und hat sie sie dann zum Mittag gemacht. Und Klöße muss man halt kochen, bevor man sie isst. Und Flo hat die einfach in die Mikrowelle getan mit der Soße. Ich dachte, die wären schon gekocht. Und er hat dann einfach fünf gegessen. Gott, warst da hingeschlafen im Sitzen. Ist das so langweilig, was ich erzähle? Soll ich mehr so reden? Vielleicht schläfst du dann eines Tages mal am Sitzen ein? Bist du so müde? Haben wir so viel heute mit dir gemacht? Es ist so anstrengend mit uns. Es ist so anstrengend zu leben. Und irgendwie... Irgendwie rede ich einfach nur um den Heißen frei auf unsere Hund. Ich schläft dabei langsam rein. Es hat sich ein bisschen gereimt. Es lässt sie wach werden. Doch. Okay, also. Wir setzen uns jetzt eine halbe Stunde aufs Sofa. Und dann sind wir gleich wieder da mit dem coolen Vanillekipferlteig. Erstmal in den Mittel gucken. Also Transition machen? Wollen wir uns einfach... Wollen wir springen? Ja. Okay, bis gleich. War das nicht ein Spaß? So, wir sind zurück mit dem halbe Stunde Kühlschrank coolen Teig. Warum wackelt diese Lampe? Weil ich gerade beam 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 gemacht habe. Oh, die sieht man im Bild noch. Ja, sie nervt, wenn sie wackelt. Willst du mitbacken? Ähm... Was mache ich hier? Du wolltest nach dem Rezept schauen wahrscheinlich. Den Kipferlteig zu rollen mit einem ungefähren Durchmesser von 4 cm Form. Ah. Ich will den Satz erst nicht verstanden. Soll ich diese Rolle holen? Nein, das soll ja nicht flach sein. Das kannst du ja mit deinen Händen rollen. Ah. Das ist das. Das ist einfach so ein Fleck Butter. Also jeder macht jetzt damit, was er will. Nein. Du machst das, was im Rezept steht. Und du? Auch. Ich schwöre, der war noch nicht durchgeklinkt genug. Ja, ist überall Butter, Florian. Und dann sollst du eine Rolle mit einem Durchmesser von 4 cm Formen. Okay. Das sind 4 cm. So. Das sind zwei. Oh, dieser Tisch ist zu niedrig. Ich squatte jetzt. Ich knie. Das ist, du machst so und dann ist das ein Vanillekipferl. Man, alle Menschen, die schon regelmäßig Vanillekipferl machen, denken sich jetzt so, ihr seid ja, ihr seid so dumm, ihr müsst das so und so machen. Habt ihr, habt ihr überhaupt mal gelegt? Nein, Tatjana, haben wir noch nicht. Also. Es ist jetzt zu viel wieder, ne? Ah, ich hol jetzt einen her. Mein Kopf juckt, aber meine Hände sind schmantelt. So machen wir in der Manufaktur die perfekten Kipferl. Da ist schon genug Platz, ja? Ja, weiß ich ja nicht. Meine sehen so anders aus wie deine. Oh, als. Oh mein Gott. Hast du gerade wirklich, das ist zu nah. Weißt du was? Dann wieder eine Hilfe. Möchtest du? Ich esse gleich die Kipferl. Hier ist einfach ein Butterkipferl. Wusstet ihr eigentlich, dass Flo streamt? Wusstet ihr das? Schaut vorbei. Mailman Bing auf Twitch. Jeden Donnerstag und Sonntag. Und auch Dienstag. Und auch Dienstag. Boah, unsere, die sehen so unterschiedlich aus. In mindestens einem Vanillekipferl wird ein Haar von Kaya drin sein. Das kann man in diesem Haushalt leider nicht verhindern. Ey, wir können die morgen schon mit zu meiner Mama. Erst mal Tiramisu machen. Ich hab keine Lust mehr. Mann, ich weiß doch nicht, wie Vanillekipferl aussehen soll. Was bedeutet dieses Kipferl überhaupt? Findest du nicht, dass das Wort Kipferl genauso klingt, wie die Form aussieht? Ja, das stimmt. Ich in meinem Kopf heißen die Kipferl, weil die irgendwie aus Österreich kommen. Und da die Bergsteiger, die immer gegessen haben, auf die Kipferl klettern. Ja, eigentlich heißt das ja Gipfel. Aber so wie Österreicher reden würden, ja, der ist doch vom Kipferl gelaufen. Gesundheit. Jetzt kann die eh keiner mehr eröffnet. True. Hallo, die erste Ladung ist fertig. Das sind schon fette Vanillekipferl. Ich find deine sahen zum Großteil fett aus. Fetter? Ja. Deine sahen voll fett aus. Deine. Deine. Ey. Also, wir müssen jetzt gleich die Vanillekipferl nehmen. Wir haben hier eine Puderzucker-Vanillezucker-Mischung. Ja. Und dann müssen wir die nehmen und da rein tun und komplett da drin wenden. Und dann tun wir die hier auf den Teller. Okay. Das klappt besser als gedacht. Boah, sieht das kacke aus. True. Deine auch? Ja. Du hast ein Kajaha. Wendest du die oder nimmst du dir Puderzucker und haust es drauf? Beides. Das sind beides sehr gute Techniken. Mit beiden kommt man voran. Ich bin so gespannt, ey. Boah, das sind die hässlichsten Vanillekipferl, die ich je gesehen habe. Also nicht deine, sondern meine wahrscheinlich auch. Ach so, so insgesamt. Ja, ja. Also wir machen jetzt die anderen fertig und dann sehen wir uns gleich beim Aussehensvergleich und Taste Test. Ja. Viel Spaß. Nee, tschüss. Viel Pause. Meine sind schöner. Ja, deine sind schon schöner. Das sind schon fette Vanillekipferl. Das müssen wir mal eben zu Anfang feststellen. Traurig. Toll bist du. Schon okay. Meine schmecken besser. Die sind aus dem gleichen Teig. Egal. Okay. Wie meine Oma schon gesagt hat. Wie meine Oma schon gesagt hat. Wie ohne das einmal. Bibimbab. Ja, meine Oma hat immer, meine Oma sagt immer Bibimbab. Die geht einfach so, Bimimbab. Oh Mann, warum sehen meine denn so kacke aus? Das sind gar keine Kipferl, das sind einfach Flatschen. Das sind voll die Plätze hier so. Ich hab Vanilleflatschen, genau. Flatschen, ein Wort? Kennt das jeder? Flatschen, ich kenn das. Zumindest in unserer Gegend. Jetzt könnt ihr mal googlen, in was für einer Gegend man Flatschen sagt. Dann wisst ihr, woher wir kommen. Nämlich aus Deutschland. Als ob ich nicht irgendwo schon mal gesagt hab, das wäre Sauerland, wo? Hallo, hier liegt die Adresse. Weil Sauerland ist nämlich nur ein Dorf. Ich habe die Schöneren. Ja, herzlichen Glückwunsch. Mann. Ja, jetzt kommt noch der Taste-Test. Wer ist denn jetzt deine, die sind mir abgeklärt? Ja. Okay. Ich nehme den hier. Ich nehme den hier. Ja, ist zu viel Zucker dran. Die 4 Gramm Zucker waren zu viel. Ich finde sie sehr lecker. Ja. Ich finde meine leckere als deine. Kann man mal machen. Kann man gut gemacht. Ja. Ja. Das ist schön. Wir stehen hier so 20 Sekunden so. Beide schafft so was anderes. Aber der Daumen ist immer noch oben. So, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt uns in die Kommentare, was wir im nächsten Video zusammen weihnachtliches backen sollen. Außer Spritzgebäck. Das ist voll aufwendig und nervig. Ich hasse Spritzgebäck aus diesen Dingern oder aus so einem... Boah. Yo. Das haben wir letztes Jahr mal versucht. Wir machen alles außer Spritzgebäck und Förmchen sind auch kacke. Boah. Weil man muss... Aber die kann man so schön verzieren. Aber man muss den Teig ausrollen und wir haben dafür nicht den passenden Tisch. Das stimmt. Schreibt uns was, was wir als nächstes machen sollen. Außer Spritzgebäck und Ausstechförmchenplättchen. Und dann machen wir das. Genau. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt... Der Preis ist high. Tschüss.